Hallo und anher Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale mit Bideband sofort und dem ApeDoc. Ich hab nen Kackpeng. Das ist ApeDocs Begrüßung. Hi. Hi. 3 Jahre alt. Und spiele Fortnite. So. Dieses Video nehmen wir gerade sehr spät abends auf. Deswegen wundert euch nicht. 0.09? Ja. Abends. Wir sind ja morgen, hallo? Es ist nicht morgens. Morgens ist für mich 5, 6 Uhr. Und mein Morgen geht auch manchmal so bis 13, 14. Was? Mein Ping leckt ApeDocs. Dein Ping leckt. Auf jeden Fall leckt dein Ping. Ja, natürlich lecken die Pings. Leckt dein Ping oder leckst du? Ey, mein Ping leckt ApeDocs. Oh, oh, das freut ich. Oh, das freut ich. Das freut ich. Das freut ich. Ich hab einen tausender Ping. Ich hab nen Rock-A-Launch-Ein-Lila für dich gefunden. Boah. Ah, mit dem kann ich nicht anders sein. Bei mir ist er. Soll ich ihn mir nehmen gerade? Ne, gib her. Da liegt er doch. Wir haben ein Deal. Wo denn? Da liegt er doch. Ich brauch die Rockets. Was? Warte. Stehen die hier? Ne. Hä, wo sind die denn jetzt hin? Ich glaub, er hat sich gar nicht beruhigt. Ich sollte... Was dann? Hä? Er baut da... So, dass ich ihn nicht treffe. Das macht Sinn. Ich bin einfach irgendwo runtergefallen. Und rund. Ich bin so behindert. Bleib oben. Nein. Geh weg. Ich bin runtergefallen. Schieß mal unten. 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 Ich kann nicht gerade... Ich hab nur ne Burst. Ja, egal. Schieß drauf. Hä? Ja. Dies gar gehört dann bei mir. Ach, über mir ist noch einer. Oder bist du los? Ach, unten noch. Ja. Beide. So. Langgeschossen mit eure Degel. Ja, pass auf. Bitte. 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 Baut dich zu. Bitte. Hab ihn. Das war mit Absicht, dass ich mich selber gefehlt hab. Was kommst du denn? Was kommst du denn? Was kommst du? Komm. Woll, mach dich hinzu. Ne. Oh, Rockets. Ey, du. War nicht müde oder so. Nur. War nicht müde oder so. Hast du? Nö. Nö. Das glaube ich schneide nicht aus. Das schneide ich nicht raus. Das schneide ich nicht raus. Ich glaube ich auch die ganze Zeit hier raus, wo wir jetzt gleich nur rumlaufen. Denk ich mal Bin ich mir noch nicht sicher Je nachdem wie ich Bock habe So Nein Ich komm Gib her Kriegst du's Mad Kid Kriegst du's Mad Kid von mir und noch zwei Minis Jetzt komm einfach her Da bitteschön Gib mir den Chuck Jetzt mal ohne Witz Der Chuck läuft dir jetzt gerade weg Hehehe 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 Ähm So Äh Juhu Tilted Towers sind ja so viele Leute Gerade schon wieder Die haben insgesamt fünf Kills Doch so viele Juhu Juhu Will doch hier sind welche Juh 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 Juhu Juhu Ich nehme erstmal was für Geh den großen Schild dran Hmmmm Das kann ich dir komplett mit Looten Ganz decken Lass mich mit ihm mit Ganz decken Das wird so ein Gas für die Sag mal jetzt baut er über mich Du bist ein Mad Kid Du bist ein Mad Kid Du bist ein Mad Kid Du kannst das Mad Kid nicht decken Was hast du denn sonst an hier dabei nicht? Drei Mad Kids Oh ja dann reicht das doch Stimmt Oh Oh Da oben liegt noch ne Bowl für dich Kann mit der Waffe nicht umgehen Stimmt Aber ich will sie trotzdem haben Was ist das hier eigentlich? Hier ist niemand mehr Wir haben zusammen sieben Kills Mit der Munition erfülle ich mich Ich hätte ich da mal gefunden Aber von den Materials nicht Mit der Materials geht bei mir tausend stück gerade 100 100 und M 100 und Das war doch viel Ich hab noch ein rocke für dich gefunden Sogar 10 stück hab ich ja jetzt für dich Ape Dock Ah chill Behalte doch Ohit du hier Guck mal heavy shotgun Behalten Und Auch ne Scar ich weiß nicht wie die stadt heißt äh das ist so ok let's go ach so jetzt stimmt die 10 stück die hälfte gegeben die paar aber wo hast du? 83 du? 88 ich fühl mich wirklich wie ich als nicht Achtung 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 auf uns wird gewollert nützt nützt meine Raketen oh wie süß hast du mir jetzt nicht mehr ins weg genommen oder? so bad der junge alter hinten gibt es noch mehr Raum mit Tummel was war das denn? mit dem einen mit dem einen typen habe ich sogar noch gespielt warte noch nicht da hingehen nein hab ich grad einen header gedrückt mit der Scheibe ich sag nicht hingehen nach hinten ha ha oh mein Gott Achtung Achtung über mir ich hab alle 10 km ich brauch healing hast du Minis? hast du Minis? hast du Minis? oh mein Gott was hat ja bitte mich nicht aufschießen Dankeschön so ok wir haben alle absolut überhaupt keinen Aim ne? Achtung über mir k k k k k k k k k beim Aufzug nerven da unten da unten hab die boah die werden so getargeted grad auch zu nerven was der war daneben deine schlechter Munition ich bin knocked Achtung 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 komm zu mir oh ich bin knocked komm zu mir oh nein ich bin runter gefallen du willst jetzt kommen du musst kurz warten ja egal den schaffst du komm bitte bitte den musst du schaffen komm nein wir haben 16 Kills zusammen dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein Liken Abo und Kommentar da bis dahin aber rein und tschüss ones das eine eine die